Rente. Alles, was du wissen musst. Über deine Rente, die Rente deiner Kinder und Enkel. So kurz wie möglich, so lang wie nötig. Wir werden hier über Dinge sprechen, die du zum Teil noch nie gehört hast oder noch nie aus dieser Perspektive betrachtet hast. Wir werden also sprechen über das gesetzliche Rentensystem, warum es Altersarmut bedeutet für die untere Hälfte der Bevölkerung und für die anderen auch nicht viel mehr. Wir werden das gesetzliche Rentensystem vergleichen mit Lebensversicherung, mit Riester-Rente, Rürup-Rente, Investmentfonds sparen, mit Rohstoffspekulation, mit Immobilien sparen und so weiter. Wir werden auch einen Blick nach Österreich werfen. Wir werden reinschauen in die Situation, wie sie die Medien beschreiben und die Situation, wie sie tatsächlich ist. Das heißt, echte Daten, echte Fakten und Zahlen aus dem Rentenbericht der Bundesregierung, wo man genau sieht, wie viele Renten werden eigentlich tatsächlich ausbezahlt, an wie viele Rentner, wie viele Beitragszahler finanzieren, wie viele Rentner, wie ist die Proportion und 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 und. Am Ende werden wir, nachdem wir leider sehr viele Illusionen zerstören müssen, eine Alternative vorstellen, ein alternatives Rentensystem, das den Weg aus der Altersarmut auch für dich bedeutet. Steigen wir mal ein mit den Massenmedien, wie die das Thema Rente und Altersarmut sehen. Die Rente wird reichen, meint die Zeit. Das ist ja toll. Und wer vor Altersarmut warnt, oh, der ist Populist. Oh, bloß keine teuren Versprechungen. Das ist ja wie bei der FDP hier bei der Zeit. Ah, da brauchen wir Aufklärung. Ja, liebe Zeit, dann wollen wir mal die Zeit aufklären, was tatsächlich Sache ist. Wie sieht das denn zum Beispiel die Gewerkschaft? Die Ernst-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes meint, 58% werden mit ihren Einkünften nicht hinkommen. Tendenz steigend. Wer hat denn nun recht? Schauen wir uns mal weiter an, wie die Situation tatsächlich ist. Und dazu schauen wir mal, was sagt denn die Bundesregierung? Da schauen wir jetzt mal in den aktuellsten Rentenversicherungsbericht von 2018. Das ist der aktuellste, der da ist. Und da steht drin, wir zitieren mal die Bundesregierung, die gesetzliche Rente wird zukünftig alleine nicht ausreichen, um den Lebensstandard zu halten. Sie brauchen eine zusätzliche Vorsorge. So, das ist im Grunde genommen eine Bankrotterklärung. Unser Rentensystem reicht nicht aus gegen Altersarmut. Also sieh zu, wie du klarkommst. Dann hat die Bundesregierung eine Umfrage machen lassen, was man halt so macht. Wenn man etwas verkaufen will, macht eine Umfrage und dann sagt das Umfrageinstitut, was wollen sie denn für ein Ergebnis haben? Ja, wir wollen jetzt nichts von Altersarmut haben, das soll möglichst gut aussehen. Klar, machen wir. Und was machen die Meinungsforscher? Gehen in die nächste Fußgängerzone, wo die Leute Geld haben, wo sie shoppen gehen. Manche Umfragen, habe ich den Eindruck, finden auf Golfplätzen statt. Aber die meisten sind wirklich, sie kennen das in den Fußgängerzonen, in Einkaufszentren. So, da hat Infratest mal gefragt und siehe da, Donnerwetter, 2.572 Euro netto hat ein Ehepaar im Schnitt. Angeblich. Das gilt jetzt mal für die westdeutschen Länder. In Ostdeutschland 2.257 Euro. Eine Frau in Ostdeutschland 1.370 Euro, im Westen 1.422 Euro. Kann das sein? Schauen wir mal nach im Rentenversicherungsbericht. Was kommt denn aus der gesetzlichen Rente raus? Der Tagesspiegel hat das einfach mal abgeschrieben und verkündet das, was die Bundesregierung in ihrem Bericht schreibt, ohne es zu hinterfragen. Das wäre tatsächlich das Haushaltseinkommen. Weit entfernt, lieber Tagesspiegel. So sieht es aus. Die fast 21 Millionen Rentner erhalten im gesetzlichen Rentensystem durchschnittlich 967 Euro pro Person. Männer im Schnitt 1094 Euro, Frauen 872 und ein paar zerquetschte. Und da muss man natürlich das zusammenrechnen, aber das sind alles Brutto-Werte. Und da kommt auch noch was hinzu, das ist richtig. Da kommen also noch kleine Betriebsrenten dazu. Da kommen bei einigen wenigen sehr hohe Alterseinkünfte hinzu. Und bei den meisten kommt wenig bis gar nichts dazu. Und wie das verteilt ist, das wollen wir uns ja auch gleich mal anschauen. Aber gucken wir uns erstmal die Rentenkasse an. Wie sieht es denn aus? Wie sind denn die Einnahmen und die Ausgaben? Schauen wir uns mal die Ausgaben an. 268 Milliarden Euro werden verteilt. Davon gehen an die Standardrentner 254 Euro, fast 14 Milliarden, gehen an die Bergleute. Also die knappschaftliche Rentenversicherung ist für die Bergleute, die allgemeine für alle anderen. Zusammen gesetzliche Rentenversicherung 268,86 Milliarden, also rund 270 Milliarden, werden ausgegeben. Und die Einkünfte liegen nur bei 225 Milliarden. Dann kommen ja noch die anderen Kosten hinzu, also Verwaltung und so weiter. Das Ganze kostet also rund 300 Milliarden und die werden zu 25 Prozent vom Bundeshaushalt, sprich vom Steuerzahler, finanziert. So groß ist die Lücke. Das wird nur zu drei Vierteln von Beiträgen finanziert. Schauen wir uns mal an, wie viele Menschen eigentlich einzahlen. Wie viele Menschen finanzieren denn die Rentner? Das sind tatsächlich nicht, wie es oft heißt, drei oder zwei Beitragszahler pro Rentner, sondern das sind bei 21 Millionen Rentnern 30,5 Millionen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Also die ganzen Minijobber, die zahlen ja nichts in die Rentenkasse ein, die kann man da nicht mitzählen. Nun sind das allerdings Vollzeit- und Teilzeitjobs und die müssen wir nochmal umrechnen, die Teilzeitjobs. Wir sehen hier, Frauen haben fast zur Hälfte Teilzeitjobs. Teilzeit hat geboomt bei den Frauen in den letzten Jahren und das führt natürlich auch zu niedrigen Renten. Und wenn wir diese ganzen Teilzeitjobs in Vollzeitjobs umrechnen, dann kommen wir auf eine Proportion von 1,34 Beitragszahlern pro Rentner. Und weil das noch nicht ausreicht, müssen noch 25% Steuergeld obendrauf. So sieht es aus. Das heißt, drei Rentner werden von vier Beitragszahlern finanziert. Wir sind schon fast bei 1 zu 1 und das geht weiter Richtung 1 zu 1. Schauen wir uns das Berufsleben der Männer im Schnitt mal an. Vor allen Dingen nach Alter sortiert und nach Nicht-Erwerbspersonen, also Arbeitslose oder nach Erwerbstätigen, Vollzeit, Teilzeit. Da sehen wir bei den Männern im Alter, wie es dramatisch nach unten geht. Da hatten wir in den vergangenen Jahren vorgezogenen Ruhestand. Das wird immer mehr eingeschränkt. Das wird also immer mehr aufhören. Aber wir sehen hier auch bei den Männern, die kurz vor der Rente stehen, da arbeitet nur jeder vierte Vollzeit. Und wir haben eine Arbeitslosigkeit von 60%. Und dann kommt die Rente ab 67. Bei den Frauen sieht es noch viel übler aus. Bei Frauen, dieser hellblaue Bereich, das ist Teilzeit. Frauen stecken in der Teilzeitfalle. Und im Alter sieht es ganz übel aus. 63, 64-Jährige, also kurz vor der Rente, sind zu 70% arbeitslos. Und nicht einmal jede zehnte Frau, kurz vor dem Renteneintritt, hat einen Vollzeitjob. Da ist Altersarmut unvermeidlich. Das sehen wir dann hier in der Rententabelle, hier wieder aus dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung. Wir sehen also oben die Männer, weiter rechts, das heißt mehr Entgeltpunkte, und weiter unten in dieser Männertabelle, das heißt höhere Renten. Und bei den Frauen sehen wir das Gros, wenig Entgeltpunkte und weniger Beitragsjahre. So sieht die Bundesregierung die Zukunft, das heißt Rentenausgaben in drei Jahren von 314 Milliarden Euro, 270 Milliarden Beiträge und wenn wir die 81,6 und darunter die 500 Sonderzahlungsbundes nehmen, das heißt 82 Milliarden Euro kommen von den Steuerzahlern nach oben drauf. So groß ist die Lücke. Beiträge sieht die Bundesregierung im Jahr 2032, also in 13 Jahren, bei rund 23% in die Richtung geht es. Das heißt, das ganze System wird immer defizitärer und trotzdem steigen die Beiträge. So sieht die Lage aus bei Durchschnittsarbeitsentgelten. Das sind tatsächlich echte Zahlen, aber es ist der Durchschnitt. Und der Durchschnitt, das kennen wir schon vom Vermögen und Einkommensdaten, die die Bundesregierung verbreitet, wenn einige wenige sehr, sehr reich sind, sehr viel verdienen und die große Masse hat nichts oder hat sehr wenig, dann gibt das einen ziemlich hohen Durchschnitt, der völlig verfälscht ist. Interessant ist der Median, was verdient denn die Mitte, die buchstäbliche Mitte, das heißt die Hälfte hat weniger, die Hälfte hat mehr. Wir sehen hier in dieser Prognose zum Beispiel, dass die Bundesregierung von etwa 1300 Euro Mehreinnahmen eingeht pro Beitragszahler. Wen kennst du, der 1300 Euro Gehaltssteigerung im Jahr hat? Da gibt es einige Gutverdiener, da ist das noch gar nichts, aber bei den meisten ist das völlig illusorisch. Das sind also nur Durchschnittszahlen, mit denen kann man vielleicht als Gesamtsaldo rechnen, aber für die einzelnen Menschen, für die Masse der Menschen sagt das überhaupt nichts aus. Schauen wir uns mal die Gesamtmasse an. Hier sehen wir mal die Gesamtzahl aller Haushalte, die als Steuerpflichtige gezählt werden. 40,4 Millionen Haushalte gibt es, die als Steuerpflichtige gezählt werden. Das sind teilweise Singles, das sind aber auch die ganzen Ehepaare. Ein Ehepaar zählt als ein Steuerpflichtiger. Wir haben also 40,4 Millionen steuerpflichtige Haushalte, die verdienen 1,55 Billionen Euro in unserer gesamten Volkswirtschaft. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das eigentlich verteilt ist. Und dann sehen wir, 68 Prozent aller Erwerbstätigen haben ein Einkommen von maximal 40.000 Euro brutto pro Haushalt. Nicht pro Person, pro Haushalt. Wenn wir das mal als Median betrachten, das heißt, die Hälfte hat mehr, die Hälfte hat weniger. Der Median, der liegt hier in der Gruppe 25.000 bis 30.000, ziemlich genau in der Mitte, bei 27.500 Euro. 27.500 Euro ist der Median in Deutschland bei den Haushalten. Das heißt, die Hälfte verdient weniger als 27.500 Euro brutto. Da kommt nicht viel bei rum. Und was heißt das für die Rente? Wir bauen das mal kräftig drauf und sagen wir mal, sie hätten 40.000, dieses Ehepaar hätte 40.000. Was kommt denn da für eine Rente raus? Und das Ehepaar hat sogar noch zwei Kinder in unserer Modellrechnung hier im Fokus Rentenrechner. Aber Kinder werden ja in der Rente auch nochmal positiv angerechnet. Was kommt denn da aber raus, wenn ich 40.000 Euro habe? Eine Rente von? 1.021 Euro brutto für ein Paar. Das käme bei 40.000 Euro raus. Davon sind noch abzuziehen Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen, Kirchensteuer. Und seit einiger Zeit, seit wenigen Jahren, hat die Große Koalition auch noch beschlossen, Renten zu besteuern. Das heißt, da kommt oberhalb des Freibetrags auch noch eine Einkommenssteuer, die davon abgeht. Das werden wir gleich mal durchkalkulieren. Und das ist ja nur vor Inflation. Jetzt müssen wir die Inflation ja auch noch berechnen. Schauen wir uns mal an. Nehmen wir mal davon aus, du gehst in 20 Jahren in Rente und willst wissen, wie viel Inflation muss ich denn bis dahin abziehen. Dann nehmen wir mal an, wir hätten eine Inflation in den nächsten 20 Jahren, die genauso ist wie in den letzten 20 Jahren. Und in den letzten 20 Jahren lag die Inflation bei 32,6%. Das heißt, das was heute 100 Euro kostet, kostet in 20 Jahren 132,60 Euro. Und wenn wir das mal umrechnen, sieht die Rechnung so aus. Jetzt haben wir nochmal ungefähr die Hälfte drauf. Das ist also eine richtig dicke Rente von 1.500 Euro brutto in 20 Jahren. Davon, dank GroKo, werden jetzt knapp 160 Euro Einkommenssteuer abgezogen. Außerdem Kirchensteuer, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Dann hast du eine Nettorente oder ihr habt als Haushalt eine Nettorente von 1.157,80 Euro. Und jetzt ziehen wir davon diese 32,6% Inflation ab. Dann sind wir bei einer realen Rente von weniger als 840 Euro. Wohlgemerkt, 1.500 Euro brutto, das ist weit über dem, was die Masse der Bevölkerung hat. Das heißt wiederum, etwa zwei Drittel bis drei Viertel aller heutigen Erwerbstätigen oder derjenigen, die in 20 Jahren Rente gehen, werden in die Altersarmut rutschen. Vielen Dank an Gerhard Schröder, an die GroKo, an die Union, an die SPD, an die Grünen, an die FDP, die das beschlossen haben. So, fassen wir mal zusammen. Die aktuellsten Zahlen bei Frauen, 873 Euro brutto, bei Männern 1095 Euro brutto, das ist der Durchschnitt. Der Bundeszuschuss liegt zurzeit bei 73 Milliarden, geht also Richtung über 80 Milliarden, das heißt wir sind hier auch noch defizitär. Wir haben eine Proportion von 1,34 Beitragszahlern auf einen Rentner. Eine Rente etwa ab Jahrgang 1975, für die wird es heißen, die Hälfte dieser Jahrgänge und der danach folgenden wird eine Rente haben von unter 840 Euro netto. Das heißt Renten ab Jahrgang 1975, die Hälfte davon wird, mindestens die Hälfte wird in der Altersarmut landen. Nun gibt es ja die Grundrente, die von der GroKo beschlossen werden soll, die ist noch nicht beschlossen. Im Moment ist eine Diskussion 934 Euro und das wird mindestens 50 Prozent der künftigen Rentner, eher zwei Drittel betreffen. Was machen die Menschen, wenn sie in ihrer Not mit der Rente nicht hinkommen? Sie gehen arbeiten. Das betrifft auch viele Rentner, die sich ihre Wohnung nicht leisten können, wo dann das Amt sagen wird, ihre Wohnung ist zu groß, sie müssen raus. Entweder muss man die Wohnung dann selber zahlen, wenn sie größer ist oder man muss halt ausziehen, aber die Mieten sind inzwischen gestiegen. Und wenn man keine Bestandsmiete hat, sondern neu mieten muss, dann wird es richtig teuer. Und das heißt, viele Menschen können gar nicht mehr anders, als im Alter zu arbeiten. Die Zahl der Rentner, die arbeiten, ist mittlerweile explodiert. Vom Jahr 2000 bis 2014 auf 2016 1,5 Millionen Rentner, die arbeiten, die allermeisten müssen. Manche wollen, aber die allermeisten müssen arbeiten, weil die Rente nicht reicht. Da sehen wir hier zum Beispiel eine Putzfrau, die da putzen, bis sie tot umfällt. Laut diesem Spiegelartikel arbeiten in den ersten drei Jahren nach Rentenbeginn etwa jeder Dritte. Warum wird es dann weniger? Weil die Leute fertig sind. Die können nicht mehr, die müssen, aber die können einfach nicht mehr. Und das heißt, noch mehr Armut. Rentner springen für Bademeister in Freibädern ein, damit sie nicht schließen müssen, tragen Zeitungen aus oder bleiben in ihren alten Jobs. Unter den Menschen mit 450 Euro Jobs bilden Rentner laut Bundesagentur für Arbeit inzwischen die größte Gruppe. Ja, wie sieht das denn? Die Arbeitgeberlobby, das Arbeitgeber-Nachinstitut der deutschen Wirtschaft. Da gibt es einen Arbeitsmarktexperten, Holger S., kürzen wir ihn mal gnädig ab. Der sagt doch allen Ernstes in diesem Spiegelartikel, viele wollen arbeiten, weil sie sich noch fit fühlen. Also dass das viele sind, da möchte ich mal daran zweifeln. Das mag es geben, aber sicherlich die meisten nicht. Denn die Zahl der Erwerbstätigen im Rentenalter, die hat sich ja nicht in den letzten 16 Jahren verdreifacht, weil das auf einmal dreimal so viel Spaß macht. Diejenigen, die weitergearbeitet haben, weil es ihnen Spaß macht, die Zahl ist ja gleich geblieben. Alles, was dazukommt, sind Leute, die das Geld brauchen. Kommen wir mal auf diese Putzfrau zurück. Aus diesem Spiegelartikel auf Maria W. 65 aus Frankfurt. Trotz schmerzender und vom Orthopäden gespritzter Schulter sagt sie, ich bin dazu, verdammt zu putzen. Meine Rente reicht einfach nicht, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Was meint dazu Angela Merkel? Ein 65-Jähriger, der arbeiten möchte, sollte auch die Möglichkeit bekommen, seine Kreativität einzubringen. Wie sieht das denn die Welt, die berüchtigte neoliberale Welt? Die schreibt in ihrem Karriere-Teil, das muss ich mir vorstellen. Begehrte Rentner, so gelingt ihre zweite Karriere. Das ist aus diesem Jahr, 2019. Und unter dem Untertitel oder unter der Überschrift Geld statt Golf. Ach, so ist das in der Lebenswirklichkeit der Welt. Die Rentner stehen auf dem Golfplatz. Die sollen mal bitte Karriere machen und aufhören zu golfen. Ach, so ist das. Wie sieht das die Bundesregierung? Ja, wir müssen die Erwerbstätigkeit der Älteren steigern, um dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Na klar, der Fachkräftemangel, es werden ja so dringend Menschen gesucht über 65 oder über 60 oder Mitte 50 oder 50-Jährige. Hier haben wir eine Karikatur, wurde verwendet bei einer Sitzung des IG Metallvorstands. Da sehen wir einen Arbeitgeber mit Blindenbrille, weit und breit keine Fachkräfte. Und rund um ihn stehen die Menschen mit grauen Haaren, mit Diplom, Master, mit Staatsexamen, Meisterbrief und, und, und. Und, tja, aber ich kann euch nicht sehen, ihr habt graue Haare. Kommen wir also zur Grundrente. Das wird die Masse der Rentner in Zukunft betreffen. Der aktuelle Stand liegt bei 934 Euro brutto. Das ist noch nicht gesetzt, das ist in Planung. Davon abzuziehen sind Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Einkommensteuer, Kirchensteuer, Miete, Nebenkosten. Das heißt, je nachdem, in welcher Stadt du wohnst, wie hoch deine Miete ist, wirst du 200 bis 400 Euro im Monat zum Leben haben. Und das heißt, die Masse der Rentner, der künftigen Rentner, wird in der Altersarmut leben. Auch mit Grundrente. Und das dann eine Respektrente zu nennen, ist einfach nur zynisch. Nun könnte man das ja sofort machen. Warum passiert das nicht? Warum denn erst 2021? Weil dann Bundestagswahlen sind. Und dann möchte also die GroKo, beziehungsweise die SPD und die CDU, wollen erst im Wahlkampf nutzen. Seht mal, was wir für die Rentner getan haben. Wir haben die Rente aufgestockt. Da geht es also um Beträge von zwischen 100 und 400 Euro gegenüber 400 oder 800 Euro Rente. In solchen Größenordnungen bewegen sich. Die werden das feiern und wollen das noch als Wahlkampfmunition nutzen. Damit das bis dahin nicht vergessen wird. Es ist wirklich schäbig, das nicht sofort einzuführen. Es ist ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Lustig ist dabei auch noch, finanziert werden soll das über eine Finanztransaktionssteuer. Nur das ist gar keine Finanztransaktionssteuer. Eine Finanztransaktionssteuer findet statt bei jedem Verkauf, vor allem im Hochfrequenzhandel. Wenn also innerhalb von Millisekunden Aktien hin und her und hin und her und hin und her geschaufelt werden. Das ist die sogenannte Tobin-Steuer. Die ist seit 1972, seit James Tobin sie vorgestellt hat, in Diskussion. Das heißt, seit einem halben Jahrhundert wird da nichts draus. Warum? Weil es die ganze Welt machen müsste. Sobald ein Land eine Tobin-Steuer hat, ziehen sich alle Investmentbanken, alle Börsen aus diesem Land zurück und gehen woanders hin, wo es diese Steuer nicht gibt. Darum geht man das natürlich. Das ist doch klar. Also was haben die gemacht, diese Schlauberger, was hat Olaf Scholz gemacht, was hat Angela Merkel gemacht, was haben diese Spezialisten der GroKo gemacht? Die haben Ausnahmen beschlossen und die sehen so aus, dass die Spekulanten ausgenommen sind und nur die Kleinsparer, die Aktien sparen, die dürfen zahlen. Die dürfen also dafür bestraft werden, dass sie auch noch für ihr Alter vorsorgen. Also verrückt, da kann man es nicht machen. Diese Finanztraxationssteuer wird also erstens nicht die Einnahmen bringen, die sie sich erhoffen und zweitens verschätzen sie sich völlig dabei, wie viele Rentner eigentlich betroffen sind. Das werden nicht 1,5 Millionen Rentner betreffen, vielleicht am Anfang, aber das geht Richtung 10 Millionen Empfänger, vielleicht sogar 15 Millionen Empfänger. Nun gibt es ja das Modell Österreich. Das wird oft zitiert und man muss auch sagen, das österreichische Modell ist ganz klar besser als das deutsche, aber da ist noch viel mehr drin für dich. Was machen die Österreicher? Da zahlen alle ein, ähnlich wie in der Schweiz, die haben ein ähnliches System. Da zahlen auch Beamte und Selbstständige ein. Das heißt, hier haben wir eine Beitragsbemessungsgrenze. Ab Betrag X ist der ganze Rest beitragsfrei. Das ist in Österreich und der Schweiz nicht der Fall. Das heißt, da zahlt man also den vollen Betrag auf alle Einkünfte. Was natürlich dann viel höhere Einkünfte für die Rentenkasse bedeutet und die Renten sind gedeckelt. Es wird also nicht so viel ausbezahlt, wie die Reichen eigentlichen Anspruch hätten. Es gibt also eine Maximalrente und da kann man natürlich eine höhere Rente zahlen. Die Rente ist also etwa 50 Prozent höher als in Deutschland, aber auch da gibt es Haken. Die Durchschnittsrente liegt also bei rund 1400 Euro, setzt sich zusammen aus 14 Monatsrenten a 933 Euro. Die haben also dann noch einmal Urlaubsgeld, einmal Weihnachtsgeld. Künftig, das ist geplant, das ist noch lange nicht Gesetz, sind 1200 Euro. Das ist aber eher mal unter Wahlkampf abzuhaken. Ein weiterer Nachteil, oder ein Nachteil in Österreich ist, die Beiträge sind höher. 22,8 statt 18,6 Prozent. Dann fließt ein größerer Teil des Staatshaushaltes in die Rente als in Deutschland. Und schließlich ein Nachteil, die Renten werden ab dem ersten Euro voll besteuert mit 25 Prozent. Als unterster Steuersatz, als Eingangssteuersatz. In Deutschland ist das 4 Prozent. Sobald man knapp über den Freibetrag ist, geht es mit 4 Prozent los, dann geht es rauf auf 15 Prozent und dann immer weiter nach oben. Das heißt, dass von dieser Brutto-Rente in Österreich dann nicht mehr so viel übrig bleibt. So toll sieht das auch nicht aus. Und man muss noch bedenken, das System wird von gut verdienenden Einwanderern, vor allen Dingen aus Deutschland, gestützt. Die Deutschen sind die, ich weiß nicht, stärkste oder zweitstärkste, die Serben sind entweder noch davor oder direkt dahinter, Einwanderergruppe. Und pro Jahr wandern zwischen 150.000 und 200.000 Bundesbürger nach Österreich aus. Und wer wandert nach Österreich aus? Das sind fast alles Gutverdiener. Die unterstützen das System. Die werden aber im Alter auch Rentenforderungen stellen. Da schrieb zum Beispiel der Münchner Merkur, die Tageszeitung, das österreichische System ist auch nicht nachhaltig. Die haben also ihre Probleme nur ein bisschen weiter verschoben. Auch in Österreich zahlen immer weniger ein und die Rentenbezugsdauer wird ja auch immer länger. Betriebsrenten. Wie sieht es denn da aus? Da haben wir hier eine Grafik der Hans-Böckler-Stiftung, das heißt also von dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Und da sieht erstmal relativ viel aus. Relativ viele Menschen scheinen eine Betriebsrente zu haben. Hört sich doch gut an. Warum nicht alle? Wie in Holland. In Holland ist das Pflicht. Warum nicht bei uns? Aber, erster Haken, es sind nur die mitbestimmten Betriebe. Das heißt, die eine betriebliche Mitbestimmung umgesetzt haben. Und darunter fällt in Westdeutschland weniger als jeder zweite Betrieb. In Ostdeutschland ist das nur ungefähr ein Drittel aller Betriebe. Das müssen wir schon mal da rausrechnen. Dann kommt da hinzu, dass die Verteilung ja gar nicht klar ist. Wer kriegt denn eigentlich wie viel? Und das sehen wir mal hier. Da sehen wir also, dass die Hälfte aller Frauen so gut wie nichts kriegt. 1 bis 50 oder 50 bis 100 Euro. Bei den Männern sehen wir sehr viel. 500 Euro mehr bei einer kleinen Gruppe. Das ist das Management. Das Top-Management hat ausgesorgt. Abteilungsleiter darunter. Aber die große Masse liegt hier auch unter 100, 150 Euro. Abzüglich Inflation, abzüglich Besteuerung, abzüglich Krankenversicherung und so weiter. Das zählt ja dann zum Gesamthaushaltseinkommen. Das heißt, das macht den Baden nicht fett. Damit kann man Altersarmut nicht verhindern. Wir fassen mal zusammen. Nur etwa 39% aller Arbeitnehmer, nämlich 16 von den 41 Millionen, haben eine Betriebsrente. In Ostdeutschland gibt es die so gut wie gar nicht. Die gibt es vor allen Dingen in den großen Unternehmen. Und je dringender man sie benötigt, um gegen Altersarmut vorzusorgen, desto niedriger ist sie. 8,5% der Top-Verdiener, also Manager, erhalten sehr hohe Betriebsrenten. Und dieser Durchschnitt, der verzerrt die Statistik. Wichtig ist, die Hälfte der Betriebsrenten liegt unter 207 Euro für Männer. Und zwei Drittel der Betriebsrentnerinnen haben weniger als 200 Euro. Brutto, wohlgemerkt. Ist nicht schlecht, wenn man sie hat, aber das ist alles viel zu wenig. Was gibt es noch? Die Riester-Rente. Die ist wahrscheinlich der größte Betrug in der Geschichte der Bundesrepublik. Da haben wir hier noch einen Link zu. Wenn wir also Definition Betrug im Strafgesetzbuch uns mal anschauen, das passt genau. Das ist für Niedrigrentner gedacht, also Niedrig-Einkommensbezieher, die Anspruch auf Sozialgeld hätten oder haben. Sozialgeld ist das Hartz IV im Alter. Das ist also etwa genauso hoch wie der Hartz IV-Regelsatz. Jetzt haben wir das Problem, wenn man eine Riester-Rente hat, dann sagt man sich, das ist ja toll, das wird ja staatlich gefördert. Und dann haben viele das Gehirn ausgeschaltet und haben gesagt, eine Förderung, die muss ich mitnehmen, die will ich mir doch nicht entgehen lassen. Oder die Vertreter haben gesagt, lass dir das nicht durch die Lappen gehen, die staatliche Förderung, die kannst du doch nicht liegen lassen. Oh, da gibt es was geschenkt und schon schalten die Leute das Gehirn aus und wie beim Black Friday kaufen was, was sie nicht brauchen, was im Endeffekt doch viel teurer ist. Dann haben sie eine Riester-Rente an der Backe, müssen das monatlich besparen. Ja, was kommt denn eigentlich dabei raus, ist die eine Frage. Und vor allen Dingen, kann ich wirklich gegen Altersarmut vorsorgen? Nein, kann ich nicht. Denn da kommen in der Regel Beträge raus von vielleicht 80 Euro, 100 Euro, 120 Euro brutto. Und Niedriglohn- oder Mittelschicht-Einkommensbezieher, die werden eine so niedrige Rente haben, dass alles, was sie für Riester gespart haben, einfach verrechnet wird. Das heißt, sie hätten es auch genauso gut verbrennen können. Riester-Renten lösen sich in Rauch auf für die allermeisten, für die, die es am dringendsten brauchen. Da hat also die Große Koalition dafür gesorgt, dass die nichts kriegen. Die Riro-Rente, die ist gedacht für Selbstständige und zwar nur für Selbstständige, die nicht gesetzlich versichert sind. Das kann sich lohnen, wegen Steuervorteilen, in der Ansparphase, aber nur für Selbstständige, die jung sind und ein hohes Einkommen haben. Wenn sie aber jung sind und ein hohes Einkommen haben, das sind Aktien, die viel bessere Alternative. Also die Riro-Rente ist komplett sinnlos. Auch sie leidet unter den Niedrigzinsen. Der Garantiezins ist wie bei Lebensversicherungen nur bei 0,9 Prozent, also unter der Inflation. Das heißt, sie verlieren ständig Geld. Was kommt dabei raus? Die typischen Auszahlungsbeträge beim mittleren Einkommen sind dreistellig. Also gegen Altersarmut kann man damit als Selbstständiger auch nicht vorsorgen. Da seien Aktiensparfonds, Investmentfonds empfohlen. Da kommen wir gleich noch darauf zurück. Der Haken ist hier natürlich auch, dass wie bei Riester das gesparte Kapital teilweise für Vertrieb und Verwaltung verbraucht wird. Und das Ganze muss natürlich, wenn man es im Alter sich auszahlen lässt, wieder versteuert werden. Lebensversicherungen. Wir haben rund 90 Millionen Lebensversicherungen in Deutschland. Mehr als eine pro Bürger. Wie kommt denn diese enorme Zahl zustande? Dazu muss man wissen, über die Hälfte aller Lebensversicherungen sind keine Renten. Viele dienen zum Beispiel der Absicherung eines Kredits oder es ist einfach eine Sparform, dass man sich sagt, ich bin jetzt 25, ich will mir mit 40 einen Sportwagen kaufen. Oder ich will das Startkapital haben für einen Hauskredit. Dann würde man eine Lebensversicherung abschließen und kann sich dann nach einigen Jahren mit einer halbwegs ordentlichen Verzinsung, die es früher mal gab, heute nicht mehr, über einen fünfstelligen Betrag freuen. So, das sind reine Sparformen. Das hat also mit einer Rente überhaupt nichts zu tun. Hier haben wir auch hohe Vertriebs- und Verwaltungskosten. Da muss man bedenken, die Erträge von diesen Versicherungsverträgen werden seit 2005 auch besteuert. Das war früher steuerfrei. Das hat also die GroKo abgeschafft. Das war 2005. Wer war das? War 2005 nicht Merkel und Westerwelle? So, und durch auch den dauerhaften Niedrigzins, der wird auch nicht mehr steigen, der Niedrigzins. Das ist gar nicht möglich, weil sonst nämlich überall massenhaft die Staatsbankrotte kommen und die öffentlichen Haushalte überall kollabieren, auch in den Kommunen. Hohe Zinsen wird es nicht mehr geben. Und deshalb wird der Niedrigzins dauerhaft bleiben. Der wird unter der Inflationsrate liegen. Und das heißt, man zahlt bei einer Lebensversicherung oft mehr ein, als man erhält. Das führt dann dazu, dass viele Menschen sagen, ich lasse die Lebensversicherung einfach mal ruhen. Der wird dann ruhend gestellt oder beitragsfrei. Und es lohnt sich einfach nicht mehr. Lebensversicherungen sind mittlerweile so unattraktiv, dass die Gesellschaften selber ums Überleben kämpfen. Von den 103 Gesellschaften, die es in Deutschland gibt, steht ein Drittel unter staatlicher Aufsicht. Die Verträge werden gekündigt oder verkauft, und zwar von beiden Seiten. Also die Kunden verkaufen ihre Verträge. Da gibt es einen Gebrauchtversicherungsvertragsmarkt. Und die Lebensversicherer kündigen auch die Verträge oder verkaufen die direkt weiter an andere Versicherungen. Die werden verramscht. Die Lebensversicherung ist eigentlich tot. Und die Lebensversicherung, wenn man sich auszahlen lässt, ich kann sie ja entweder als Rente auszahlen lassen oder ich kann mir einen Einmalbetrag am Ende auszahlen lassen. Zum Beispiel mit 65 oder 67 oder 70 sage ich mir dann so, ab da zahle ich es aus. Dann habe ich irgendeinen fünfstelligen Betrag und dann muss das ja noch eine Weile reichen. Bei der Lebenserwartung minus Renteneintrittsalter heißt das, bei Männern muss es durchschnittlich 18 Jahre reichen, was da ausbezahlt wird, und bei Frauen 23 Jahre. Und wenn ich das mal dividiere, kommt da doch eine sehr kleine Summe bei rum. Immobilien. Ja, schön, wer sie hat. Am besten Erben. Immobilien sind ziemlich sicher als Geldanlage, wenn sie eine gute Lage haben. Es gibt ja diese drei Kriterien für Immobilien. Das erste ist Lage, das zweite ist Lage und das dritte ist Lage. Bei schlechten Lagen, das heißt auf dem Lande, da sind Verluste wahrscheinlich. Denn wir haben immer mehr Abwanderung vom Land in die Städte. Das heißt, wir haben in den Städten einen Mangel und wir haben in den ländlichen Gebieten ein Überangebot und die Preise gehen eher runter. Da werde ich also wahrscheinlich mit einem Investment in Immobilien Geld verlieren. Und wenn ich das als Altersvorsorge mache und wir Mietwohnungen auf dem Lande haben, kann es sein, dass ich keine Mieter finde. Umgekehrt, in der Stadt ist es völlig überteuert. Früher war es mal normal, dass eine Wohnung oder ein Haus etwa 18 Jahre Mieten wert war. Ja, das liegt heute bei über 30 Jahres Mieten und so sind natürlich Renditen kaum noch möglich. Dann kann man sagen, okay, ich habe zwar Geld verloren, aber die wird immer vermietet sein und zumindest habe ich ganz sicher irgendwelche Einkünfte. Aber wirklich lohnt sich das in den meisten Fällen nicht mehr. Für die meisten Menschen kommt das sowieso nicht in Frage, weil sie gar kein Einkommen oder Kapital dazu haben. Und schließlich großes Risiko ist die Schuldenfalle. Wer arbeitslos wird und dann seine Hypothek nicht mehr abzahlen kann, der wird das verlieren. Und die Betriebskosten, die davon auch nicht unterstätzen. Es kann auch passieren, dass der Staat dann zugreift und sagt, Mensch, der Staat ist pleite. Wir müssen jetzt unbedingt diejenigen besteuern, die nicht flüchten können. Und wer kann nicht flüchten? Wer ist denn Immobilienbesitzer? Dann wird die Grundsteuer erhöht, dann wird die mal erhöht von jetzt, was weiß ich, 600 Prozent, geht es dann auf 1000 oder 2000 Prozent. Da sind die ja völlig hemmungslos und sagen sich, ja, wir müssen irgendwie unsere Haushaltslöcher stopfen. Und dann sind sie wirklich gekniffen. Das kann nicht verhindert werden. Wenn der Staat das beschließt, dann müssen sie damit leben. Und dann haben sie eine Immobilie an der Backe, die sie sich nicht mehr leisten können. Und schließlich haben wir bei Immobilien noch das moralische Dilemma. Ist das gerecht, wenn Menschen mit geringem Einkommen, die die nichts haben, diejenigen finanzieren, die zu viel haben? Wenn Menschen ohne Vermögen Einkommen transferieren an die, die ohnehin schon Vermögen haben? Ist das gerecht? Da zerreißt die Gesellschaft zwischen Arm und Reich. Nun gibt es einige ganz Schlaue, die sagen, ach, Rohstoffe, vor allem Gold. Oh, ich investiere in Gold. Gold ist so schön, das Glänz ist so schön. Ich habe so viele Piratenfilme gesehen, da wurden immer Schätze vergraben. Ich will auch so einen Schatz haben. So, nur im Bankschließfach. Oder als Zertifikat. Da wird es aber hoch spekulativ. Und da kann man natürlich voll ins Klo greifen, wenn man gerade in einem Zeitpunkt zugreift mit hohen Kursen, in einer hohen oder auch mit hohen Kursen. Und dann muss man irgendwann verkaufen, dann haben wir gerade niedrige Kurse. Dann hat man viel verloren. Natürlich kann das steil nach oben gehen, wie es ja von 2000 bis 2010 war. Eine Wahnsinns-Spekulationsblase, die dann erstmal zusammengebrochen ist. Wenn wir uns mal die Charts hier angucken, wo geht es denn hin? Da sehen wir gleich zwei Spekulationen. Erstmal der Rohstoff an sich und zweitens das eine in Euro, das andere in Dollar. Da sehe ich noch die Währungsspekulation. Also im US-Dollar ist das Ganze noch viel spekulativer. Ja, wo geht der Goldpreis hin? Der kann runtergehen, der kann raufgehen, man weiß es nicht. Der Wertverlauf ist unberechenbar und unterliegt extrem starken Schwankungen. Also für eine Altersvorsorge ist das wirklich nichts. Dann sagen sich die Anhänger des Goldes oder von Platin oder Silber, anderen Edelmetallen, das wird immer wertvoll sein. Ja, aber wie wertvoll wird das sein? Und was kann ich damit anfangen? Kann ich damit einkaufen gehen? Wenn mal wirklich der große Crash kommt, so wie die Crash-Propheten das so gerne verkünden, wenn wirklich alles zusammenbricht, dann bricht auch wirklich alles zusammen. Dann kann ich nicht mit Gold in den Supermarkt gehen und mir irgendwas kaufen und die anderen haben kein Geld und ich sage, äh, äh, guck mal, ich kaufe mir was. Die anderen werden dir was husten und werden dir dein Gold abnehmen auf dem Weg zum Supermarkt oder deine Einkunft, wenn du rauskommst, wenn wirklich hier der Hunger ausbrechen sollte, die ganz große Weltuntergangs-Fantasie-Realität werden sollte, dann nützt der Gold auch nichts. Du wirst auch im Supermarkt gar nichts mehr finden, weil der Supermarkt gar nicht mehr einkaufen kann, weil er selber kein Gold hat. Du kannst diese ganzen Wertschöpfungsketten nicht mehr aufrechterhalten, weil das Tauschmittel, das Geld fehlt. Gold ist einfach viel zu wenig da. Das Volumen an Gold in der ganzen Welt, das jemals geschöpft wurde, das ist etwa ein Würfel mit einer Kantenlänge von etwa 22 Metern. Mehr ist das nicht. Davon ist ein Großteil Schmuck, davon ist ein Großteil auch schon verloren gegangen, weil es in Industrieprodukten steht, die auf der Müllhalde gelandet sind und und und. Das heißt, das ist nichts, was für die Rente geeignet ist. Aktienfonds-Sparpläne, das ist bis heute, künftig haben wir vielleicht ein besseres System, aber das ist bis heute die beste Form der Altersvorsorge. Da haben wir den Zinseszinseffekt, der wirkt dann mal zugunsten der Sparer. Wir haben eine höhere Rendite als in jeder anderen Altersvorsorge. Vergleich das, was wir jetzt gleich mal sehen hier, vergleich das mal mit einer Lebensversicherung und dann wirst du sehen, wie sinnlos eine Lebensversicherung ist. Da ist natürlich auch ein Risiko drin. Das Risiko könnte sein, ein kurzfristiger Zeitpunkt des Ausstiegs, wenn du also Aktien kaufst und musst die in drei Jahren wieder verkaufen, dann kann es sein, dass der Markt nach unten geht und dass du Geld verloren hast. Aber wenn der Anlagezeitraum mindestens 15 Jahre ist, dann gab es also seit dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube sogar seit Beginn des 20. Jahrhunderts, noch nie eine Phase, in der man Geld verloren hätte. Wenn es einen Crash gibt, lass es liegen. Wenn du es nicht brauchst, lass es liegen und es wird wieder steigen. Und langfristig ist das die beste Anlageform, die es gibt. Das größte Risiko ist Arbeitslosigkeit. Wenn du in Hartz IV fällst, dann wird dein Vermögen angerechnet. Dann hast du einen Freibetrag, der wird dann irgendwo bei 5.000, 8.000, und ich weiß jetzt nicht genau, wo der liegt. Ich meine, der wäre 5.000 Euro pro Haushalt oder pro Person. Und alles, was darüber ist, das musst du erstmal aufbrauchen, bevor du auch nur einen Cent vom Jobcenter kriegst. Wenn du arbeitslos wirst, dann geht also nach und nach dein ganzer Aktienfonds verloren. Und schließlich, noch viel besser für die Renten wäre, wenn Spekulationen und Manipulationen beseitigt würden. Helmer Nahe sagte mal, Kleinaktionäre sind das Kanonenfutter der Wertpapiermärkte. Das heißt, es gibt die Insider, die Profis, die haben Infos, die der Kleinanleger nicht hat. Und die Kleinanleger werden immer verarscht. Wenn dir also jemand sagt, kauf die und die Aktie und die und die Aktie, dann kannst du davon ausgehen, dass er die hält. Wenn jemand sagt, kauf die Tesla-Aktie, die Tesla-Aktie, die ist es überhaupt, dann kannst du davon ausgehen, dass er viele Tesla-Aktien hat und den Kurs nach oben treiben will oder sie die verkaufen will. So, unter diesem Link hier, Finanzmarkt beseitigt von Spekulationen, da wirst du eine Alternative dazu finden. Schauen wir uns mal Aktien an. Da sehen wir erstmal Tabellen, viele, viele Tabellen, wilde Charts. Wie entscheidet man sich denn da? Das ist nicht einfach. Da gibt es aber zwei Zahlen, zwei Kennziffern, die sehr wichtig sind. Das eine ist das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, das Verhältnis vom gesamten Unternehmenswert, Unternehmenswert ist Zahl aller Aktien mal Aktienkurs. Und wenn ich das dann in Verhältnis setze zum Gewinn, dann habe ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, die Telekom ist zum Beispiel hier, sehe ich das mal, 16,74 Jahresgewinne wert. Oder die Münchner Rück, 13,51. Die Deutsche Bank ganz unten ist gar nichts wert, weil sie Verluste macht beim KGV. Dann habe ich aber noch einen wichtigen Wert, das ist die Dividendenrendite. Wenn ich also die Aktien habe und die steigen nicht im Kurs, dann ist es trotzdem interessant mal zu sehen, was zahlen die denn als Dividenden aus. Und gerade Unternehmen, bei denen sich im Kurs wenig tut, da ist die Dividendenrendite sehr hoch. Da sagt der Vorstand, damit unsere Aktien schön attraktiv sind, zahlen wir viel Dividende aus. Bei der Telekom über 5%, Münchner Rück fast 4%, BASF, Deutsche Post, da gibt es ordentliche Renditen. Also alleine liegen lassen ohne Kursgewinn, da kann ich schon richtig gute Gewinne machen. Jetzt habe ich aber immer noch das Problem, dass ich hier viele Aktien habe. Ich habe tausende von Aktien in aller Welt. Für was soll ich mich entscheiden? Und wenn ich mir das mal einfach mache, dann gehe ich in einen Fonds. Und zwar, Empfehlung unsererseits, ist der MSCI Index Fonds. Der wird von verschiedenen Fondsgesellschaften angeboten. MS steht für Morgan Stanley, eine US-Bank. Die hat einfach mal so ein Portfolio, das heißt so eine Gesamtmischung von 1650 Aktien aus aller Welt zusammengestellt. 60% etwa USA, 3,5% Schweizer Aktien, 3% britische und 3% französische Aktien, 2,8% deutsche Aktien und so weiter und so weiter. Also alles nur richtig stabile Firmen. Und die Fondsgesellschaften, die diese Fonds anbieten, die bilden das einfach nur ab. Die kaufen dementsprechend diese Aktien. Und da geht es mehr oder weniger darum, wie hoch ist denn eigentlich der Verwaltungsaufwand? Wie viel nehmen die an jährlichen Gebühren? Und da würde ich sagen, nimm dir ein MSCI Fonds, ein ETF. ETF heißt Exchange Traded Fund, das heißt also ein börsengehandelter Fonds. Und das heißt wiederum, du kannst es jederzeit zu Geld machen. Du musst nicht erst einen Käufer suchen, du gehst also zur Bank und sagst verkaufen und 10 Minuten ist das Ding weg. Und verkauft. Du kannst es jederzeit problemlos am Markt platzieren. So, und was bringt das eigentlich? Hier sehen wir mal von Finanztipp, das ist ein Ableger der Stiftung Warentest, dass die in den letzten Jahren im Jahresdurchschnitt etwa 8 bis 8,5% gemacht haben. Das ist viel. Das ist weit, weit weg von allen Lebensversicherungen und ähnlichen Altersvorsorgemöglichkeiten. Auch weit über Immobilien. Wir verdienen hier nichts dran. Wir empfehlen ja auch keinen konkreten Fonds. Das ist jetzt einfach nur mal ganz generell über Fondsparpläne. Da würden wir sagen MSCI und dann sucht ihr einen aus, der möglichst wenig kostet. Und zwar MSCI, da gibt es auch verschiedene. Da gibt es einen für Japan, für Frankreich, für Emerging Markets und so weiter. MSCI World, das heißt für die ganze Welt. Und dann rechnen wir mal, was kommt denn dabei raus? Nehmen wir mal an, du würdest 8,5% so wie hier gerade gesehen erhalten. Du würdest 10 Jahre lang 100 Euro monatlich anlegen. Dann wirst du 12.000 Euro in 10 Jahren eingezahlt haben. Da kommen 6.500 Euro Zinsen drauf. Dann hast du 18.500 Euro. Das ist nicht viel. Schauen wir uns das mal in 20 Jahren an. Da hast du 60.300 Euro. Schauen wir uns das mal in 30 Jahren an. Da hast du 155.000 Euro. Das ist die Macht des Zinseszins. Früh anfangen, monatlich dabei bleiben. Und hier gilt natürlich, besser ist es, in einer frühen Phase eher mehr zu zahlen und später weniger einzuzahlen. Später lohnt sich das nicht mehr. So, was kannst du tun, um Altersarmut zu vermeiden? Da haben wir hier einen ganz tollen Tipp vom Herrn Tenhagen. Den kennt ihr vielleicht aus Spiegel Online. Da hat er eine Kolumne. Finde ich gut. Finden wir gut, den Herrn Tenhagen. Das ist der Leiter von Finanztipp. Er mal Stiftung Warentest. Und mal schauen, was er für uns für einen Tipp hat. Was können Sie eigentlich denen raten, die eben jetzt kein Geld haben für private Vorsorge? Also tatsächlich muss man denen raten, erst mal darauf zu achten, dass sie möglichst mehr verdienen. Ach so! Ach so! Wussten Sie das? Mehr verdienen hilft gegen Armut. Guck mal an. Übrigens hat der Mann da gerade völlig recht. In Deutschland wird immer noch zu wenig verdient. Wenn wir zum Beispiel einen Mindestlohn von über 12 Euro hätten, bräuchten wir gar keine Grundrente. Ja, Herr Tenhagen, das ist schon richtig. Aber ist das realistisch? Einfach mehr Einkommen, einfach mehr Geld verdienen. Ja, wenn das so einfach wäre. Aber mal im Ernst, was kann man tun, wenn man nicht oder kaum sparen kann? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Wähle eine Partei, die auch Geringverdienern anständige Renten bieten kann und will. Da gibt es zum Beispiel die Partei der Lösungen. Die findest du im Web unter lösungen.jetzt. Oder deine Lieblingspartei. Völlig egal wer. Du kannst also zu den Grünen, zur SPD, zur Union gehen, zur FDP. Gut, die wird das nicht machen. Den anderen Interessen. Geh zu deiner Lieblingspartei und sag denen, guckt euch das mal an. Das, was wir hier jetzt gleich vorstellen. Guckt euch das mal an. Das wäre doch ein Programmpunkt. Damit könnt ihr Wahlen gewinnen. Denn Renten sind nach dem Thema Arbeitsmarkt das wichtigste Thema, mit dem man Wahlen gewinnt. Wenn man mal die Rentner und diejenigen zusammenzählt, die bald in Rente gehen, dann heißt es, die Hälfte aller Wähler sind entweder jetzige oder baldige Rentner. Renten sind nach dem Arbeitsmarkt das mit Abstand wichtigste Thema für Parteien. Und da sollte es dir gelingen, in deinem Ortsverein oder wo auch immer, in deiner Partei, per Leserbrief, einfach mal zu sagen, guckt euch das doch mal an. Das wäre doch was. So, Möglichkeit zwei ist, das Bestmögliche aus der Situation machen. Das heißt wirklich darauf einrichten, dass du kein Geld haben wirst. Wie kommst du da am besten über die Runden? Darüber werden wir ein separates Video machen. So, und hier ist das angekündigte alternative Rentensystem. Wir werden hier nur mal einen Kurzeinstieg machen. Wir machen dazu ein separates Video, in dem wir es in der Tiefe erklären. Das ist ein Modul aus den neuen Modulen des Economic Balance System, des alternativen Wirtschaftssystems von Economy for Mankind. Die Rente ist gleichzeitig, enthält ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist verbunden mit Arbeitsmarkt, Finanzmarkt und öffentlichen Haushalten. Die öffentlichen Haushalten nur am Anfang, danach nur noch mit dem Arbeitsmarkt, sprich mit dem Einkommen und mit dem Finanzmarkt. Das funktioniert wie folgt. Hier mal ein paar Eckdaten. Du hast eine Mindestrente, eine Netto-Mindestrente von 2000 Euro. Das ist auch unser Grundeinkommen. Das wird aber nicht finanziert wie andere Grundeinkommensmodelle über den Staatsanwalt, über Steuern, über irgendwelche Umverteilungen, über die Mehrwertsteuer, Einkommenssteuer oder sowas in der Art, sondern das ist eine Betriebsrente. Die wird von der Wirtschaft finanziert als Steuersparmodell und für die rechnet sich das. In dem separaten Video werden wir es im Detail erklären. Das gibt es auch bei Wohnsitz im Ausland. Wenn du also sagst, ich gehe nach Thailand, Domrep, Mallorca, Türkei oder sonst wohin, dann mach das. Das gibt es auch im Ausland. Das ist steuerfrei. Du wirst als Arbeitnehmer keine Beiträge zahlen. Das ist also beitragsfrei für die Arbeitnehmer. Es ist vollkommen unabhängig von Demografie. Es hat überhaupt nichts mehr mit Jungen und Alt zu tun. Die Jungen müssen nicht mehr für die Alten zahlen, sondern die Wirtschaft finanziert die Menschen. Die finanziert alle Menschen. Die finanziert die Arbeitnehmer. Die finanziert die Arbeitslosen. Die finanziert die Grundeinkommensempfänger. Die finanziert die Rentner. Die Wirtschaft finanziert alles. Denn die Wirtschaft hat ja drei Aufgaben. Aufgabe 1 ist, die Menschen mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen. Aufgabe 2 ist, die Menschen mit Geld zu versorgen, damit sie das alles auch kaufen kann. Und Aufgabe 3 ist, die öffentlichen Haushalte mit Geld zu versorgen. Das sind die drei Aufgaben der Wirtschaft. Das heißt, dieses System funktioniert dauerhaft ohne jegliche Belastung des Staatshaushalts. Und basiert dann auf zwei Säulen. Das sind zunächst mal ein Grundeinkommen, das von der Wirtschaft kommt. Diese 2.000 Euro. Und obendrauf kommt ein Aktienfonds sparen, wie wir es ja gerade gesehen haben. Aber ein bisschen anders, nämlich spekulationsfrei. Da werfen wir einen Blick in das Buch, aus dem das alles stammt. In das Buch namens Die Geldlawine. Da sehen wir hier mal einen Screenshot aus dem Inhaltsverzeichnis. Diese beiden Kapitel sind hier relevant. Kapitel 4 und 5. Erstens Kapitel 4 das Thema Rente. Kapitel 5 das Thema Börse, wie man Spekulationen beseitigt. In diesem System liegt das Jahresgehalt, brutto gleich netto in unserem Fall, bei mindestens 40.000 Euro. Davon gehen, brutto und netto ist jetzt hier ein bisschen schwer zu unterscheiden, 10% auf dein eigenes Rentenkonto. Wie gesagt, das ist das Minimum. Das ist also nicht so, dass du jetzt brutto 40.000 hast und danach 36.000, sondern diese 4.000, die bleiben ja dein Eigentum. Die sind auf deinem eigenen Konto und nicht in einer allgemeinen anonymen Kasse. Wie entwickelt sich dann dein Kontostand? Da sehen wir mal zum Beispiel hier in der linken Spalte bei 5%. Im ersten Jahr zahlst du 4.000 ein, im nächsten wieder 4.000. Wir lassen jetzt mal die Inflation außen vor, dass du eigentlich im nächsten mehr als 4.000 hättest. 5% davon sind 200 Euro. Warum sind da dann 8.260? Weil in diesem Fall ab dem ersten Monat verzinst wird. Und nicht, dass du 4.000 am Ende des Jahres zahlst und dann auf einen Schlag das kriegst. Oder am Anfang und dann nach 12 Monaten, sondern das ist monatlich gerechnet. Da wirkt der Zinseszins. Und dann kommen solche Zahlen heraus. Nach 5 Jahren bist du bei 22.000. Nach 10 Jahren bist du bei 53.000 und so weiter. Und dann wettern wir mal, das ist jetzt wieder in dem Buch, ein Screenshot, weiter runter. Jetzt bist du 65. Wo stehst du bei 5%? Bei knapp 600.000 Euro. Wahrscheinlich wird das mehr werden. Wahrscheinlich wirst du irgendwo bei 8-10% liegen. Und das ist der Mindestverdiener. Das heißt, ein Mindestverdiener wird als Millionär in Rente gehen. Das klingt unglaublich, ist aber Mathematik. Das, was du hier siehst, das kannst du auch jeden Bankkaufmann oder Versicherungsfachmann fragen. Der wird dir erklären, ja, wenn du eine Summe X anlegst und dann wirkt die Macht des Zinseszins für dich, dann wirst du nach so und so vielen Jahren bei so und so viel Prozent diese und jene Summe haben. Dieses Geld kommt rein durch unser Arbeitsmarktkonzept. Und wenn du das anlegst auf dein eigenes Aktiensparkonto, dann kommen diese Zahlen dabei raus. Und eine Zahl von 7-8% ist dabei noch konservativ geschätzt. Das heißt, du wirst mit einem Vermögen in Rente gehen von etwa 900.000, 1,2 Millionen, irgendwo in dem Bereich wird das nach einem Erwerbsleben sein. Und was machst du dann? Dann willst du ja erstmal gut leben. Das heißt, du wirst erstmal viel Geld abheben, 10.000 Euro im Monat, dann geht es langsam runter. 9.000, 8.000, 7.000, immer mal ein bisschen weniger, so im Laufe der nächsten 20, 30 Jahre, die du noch lebst. Und es ist ja so, dass du in den ersten Jahren deiner Rente noch jünger bist, beweglicher bist, agiler bist. Du wirst mehr reisen, du wirst mehr vom Leben haben. Und in den letzten Lebensjahren, so ab 90, da wirst du einfach mal einen Gang zurückschalten, nehme ich mal an. So, und das heißt, du wirst ein richtig tolles Leben im Alter haben. Und das Gleiche gilt auch für deine Kinder und für deine Enkel. Du kannst also alles verbraten. Denn du hast ja immer noch deine 2.000 Euro Betriebsrente, die als Grundeinkommen obendrauf kommen. Die musst du ja auch noch bedenken, die ist ja immer noch im Hintergrund. Diese Betriebsrente ist dynamisch, das heißt, die wird Inflationsausgleich haben. Und du wirst also diese Kaufkraft von heutigen 2.000 Euro, die wirst du auch in Zukunft immer haben. Du hast also immer deine Absicherung. Und das, was du hier siehst, das kommt alles noch obendrauf. Und wenn du jetzt früher das Zeitliche segnest, dann wirst du den ganzen Rest vererben können an deine Kinder, an deine Frau oder deinen Mann. Und das bietet dir kein anderes Rentensystem. Das ist erstmal nur ein kurzer Eindruck. Wir werden das mal vertiefen in einem weiteren Video zum Thema Rentensystem von Economy for Mankind. Ja, das war es eigentlich erstmal. Eine Übersicht über die gesamte Rentenlandschaft, alle möglichen Arten von Altersvorsorge, die du wählen kannst. Und hier hast du jetzt eine Alternative mehr, die du vorher noch nicht kanntest. Ja, ich würde mich freuen, wenn du dieses Video teilst, wenn du es likest, auch wenn du kommentierst. Wir werden jeden Kommentar beantworten, jede Frage beantworten oder schick uns Mails. Wir antworten auf alles. Ja, und es wäre schön, wenn du unseren Kanal abonnieren würdest und vergiss nicht, die Glocke zu betätigen. Mit dem Glockensymbol wirst du dann jedes Mal benachrichtigt, wenn ein Video von uns kommt. Von uns kommen nicht viele Videos, vielleicht, ich weiß nicht, alle zwei Wochen, alle vier, sechs Wochen. Je nachdem, wie wir dazu kommen. Also wir werden dich nicht überfluten mit Videos. Aber die Videos, die wir machen, die werden schon ungewöhnlich sein. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.